Liebe Genossinnen und Genossen, auch von mir einen schönen guten Morgen. Viele von euch sind in letzter Zeit häufig mit Trillerpfeifen unterwegs, so wie auch gestern auf dem Trampiner Markt. Für mich sind Pfeifen jedoch mehr als nur Protestmittel, sind ein Element meines Lebens. Denn wenn ich an Wochenenden nicht parteilich unterwegs bin, bin ich auf den Fußballplätzen des Nordosten Brandenburgs zu finden. Als Schiedsrichter darin agiere ich im Team, übernehme Verantwortung und treffe Entscheidungen, die diskutiert werden und schlichte Konflikte. Dies bedarf Verlässlichkeit, gegenseitiges Vertrauen, Reflexion, Kritikfähigkeit sowie Leidenschaft. Konstruktive Kritik ist dabei immer gewünscht. Alles Dinge, die sich auch auf die Arbeit des Landesvorstands übertragen lassen. Vor zwei Jahren wählt ihr mich das erste Mal in den Landesvorstand. Zunächst war ich unsicher, ob es der richtige Schritt war, doch nun kandidiere ich erneut. In den kommenden zwei Jahren möchte ich weiterhin die Linke Sommerakademie Berlin-Brandenburg, die ich zuvor als Linke Herbstakademie mit vorbereitet, konzipiert sowie durchgeführt habe und deren Projektleitung ich in diesem Jahr übernommen habe, in die politische Arbeit des Landesverbandes etablieren. Außerdem möchte ich an der Erstellung einer verständlichen und transparenten Übersicht unseres Aufbaus und unserer Aufgabenverteilung mitwirken. Ich komme aus der Uckermark, weshalb ich mich besonders freue, heute hier zu sein. Kreisverbände wie die Uckermark haben einen unterschätzten Charme und dürfen nicht vergessen werden. Der ländliche Raum muss wieder mehr in unserem Fokus wirken. Daher möchte ich als Ansprechpartnerin für die Kreisverbände der ländlichen Regionen fungieren. Des Weiteren habe ich vor, den Austausch und eine verbesserte Vernetzung der innerparteilichen Zusammenschlüsse auf den Weg zu bringen. Thematisch stehen für mich bildungspolitische Fragen im Mittelpunkt, wobei mein Augenmerk auf einer Debatte zur Kita-Beitragsfreiheit und der Gemeinschaftsschule liegt. In diesen Fragen gilt es, eine rote Handschrift zu beweisen und unserem Kollektionspartner eine klare Kante zu zeigen. Es liegen viele Baustellen vor uns. Jedoch liegt es nicht in meiner Natur, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nach vorn zu schauen und anzupacken. Außerdem können wir nur als Team aller Generationen diese Baustellen bewertigen. Lasst uns mutig und entschlossen der Zukunft begegnen.